Hi Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Das Wetter ist heute richtig gut und es scheint schon den ganzen Tag die Sonne. Und deshalb dachte ich mir, ich muss auf jeden Fall heute raus Fotos machen. Ich fahre heute zum See, mal wieder mit dem Fahrrad unterwegs hier. Und ich nehme euch einfach mit und wünsche euch viel Spaß mit diesem Video. Okay Leute, ich bin gerade einfach diesen Waldweg hier entlang gekommen mit dem Fahrrad. Und schaut mal, wie das Licht hier durchkommt. Okay, ich bin jetzt endlich hier am See angekommen. Ihr seht es, hier vorne ist das Wasser schon zugefroren. Richtig krass, es ist einfach so kalt hier draußen. Ohne Witz Leute, geht niemals bei Minusgraden Fahrrad fahren. Meine Hände sind so kalt. Ich spüre die vorne gar nicht mehr, so kalt ist das. Und diese Handschuhe bringen einfach gar nichts. Aber was macht man nicht alles für geile Fotos, ne? Ich muss euch noch was zeigen, Leute. Und zwar hat mein Kumpel Merlin mir für ein paar Wochen diese Canon Prima Point & Shoot Filmkamera ausgeliehen. Schaut auch an dich Merlin, danke nochmal fürs Ausleihen. Ich kann euch sagen, das macht echt Spaß nochmal in die alte Zeit so ein bisschen zurück zu blicken. Wo es nicht so war, dass man nach dem Fotografieren direkt alle Bilder mal angucken konnte. Denn mit der Kamera macht man das Foto. Auf dem Film sind glaube ich 38 Fotos drauf oder so. Und dann kann man erstmal nichts davon sehen. Man weiß nicht, wie die Bilder geworden sind. Die können komplett scheiße sein. Aber das ist einfach das, was es ausmacht. Und mir macht das einfach mega Spaß. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie die Bilder geworden sind. Ich bringe die, denke ich, in ein paar Wochen mal zum Entwickeln. Und folgt mir auf jeden Fall auf Instagram. Hier ist mein Name eingeblendet. Dort zeige ich euch dann, wie die Bilder geworden sind. Und jetzt werde ich erstmal ein bisschen weiter fotografieren. Guckt euch mal an, was mir wieder passiert ist. Ich habe hier vorne gehockt, um hier ein paar Fotos zu machen aus der Perspektive. Und ich dachte, das Eis wäre hier ein bisschen fester. Aber nee, ich bin komplett mit dem Fuß da rein. Ihr seht, alles schön nass hier. Jetzt wird der Rückweg auf jeden Fall noch kälter. Geil. Freue ich mich. Musik 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 Ich habe es geschafft. Jetzt muss ich noch 20 Minuten nach Hause fahren. Musik 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 Vielen Dank.